Untertitelung des ZDF, 2017 Nächster Mann, bist du YouTuber oder Fabio Hübmar? Ciao! So, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. Servus Leidl, ebens wieder der Fabio. Heute aus Berlin. Endlich wieder Royce und yes. Endlich wieder Zeit. Leider gibt es heute keine 6 Series, aber dafür nächste Woche, Freitag 5 Uhr, kommt eine der geilsten 6 Series Episoden ever. Also es wird sehr, sehr speziell, aber richtig, richtig geil, verspricht ich euch. Also nicht vergessen. Ich bin gerade auf dem Weg nach San Francisco. Ich nehme euch ein bisschen mit auf den Trip. Jetzt schneiden wir mal die Kamera drauf und wir gehen mal schauen, was wir so in Berlin so finden. Es ist ziemlich nass, dadurch ist es ein bisschen tricky, aber wir machen das Beste draus und es wird bestimmt ziemlich geil. Yes. Ich bin gerade sowas. Hier geht's. Ja! Ja! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ist das? Das war's für heute. Okay, das ist ein Knack. Untertitelung des ZDF, 2020 BAM! so ein ballon sagt so 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 ok leidl ich glaube an dieser Stelle verabschiede mit dem Haft vom Video ok vielleicht ist gefährlich vielleicht auf der Strasse dem Rad und dem Kamera fahren auf jeden Fall hoffe euch hat es Spaß gemacht Vergesst nicht, nächste Woche um 5 Uhr, am Freitag kommt eine neue 6 Series und die wird richtig geil, die wird mega geil, übrigens shoppert offen, ganze Produkte gibt es wieder, Pullis kommen erst wieder, also dauert noch ganz ein bisschen, sorry dafür, dass sie wieder ausverkauft sind, ihr seid echt der Wahnsinn und kommt auf jeden Fall wieder, kompletter Restock und in dem Sinn, Merci fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal, ciao. Musik